Äh, das ist halt der sinnvollste Weg, um Dias zu fahren. Deswegen, weil ich jetzt keine Lust habe, mich nochmal 3 Stunden in Hülle zu setzen, um am Ende mit 10 Dias rauszugehen. Gehen wir jetzt... So, Grinsekacke! Was? Was ist passiert? Was? Grinsekatze! Oh! 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 Geil! Ah! Ah! Hat's geklappt, wenn ihr J-A-A-A-B-K-Z 3... Shit! Ah! Ah! Geiles Video! Wer ist mit Jani? Nein! Was? Oh! 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 Oh, komm! Er schreibt! So hätte ich gern mein Geld wieder! Nein, Alter! Ah! Der pipi in den Augen!